Metallbearbeitung Herzlich Willkommen zur METAF 2012 in Düsseldorf, der Fachmesse für alles zum Thema Metallbearbeitung. Wir besuchen den Messestand der Firma Sauter Feinmechanik GmbH aus Metzingen. Sauter produziert und vertreibt Kernkomponenten für Werkzeugmaschinen und versteht sich als Denkfabrik mit höchsten Qualitätsansprüchen. Herr Müller, wir besuchen Sie hier auf der Messe in Düsseldorf an Ihrem Stand Sauter Feinmechanik. Erzählen Sie uns doch erstmal was zu diesem Unternehmen. Wir sind ein schwäbisches mittelständisches Familienunternehmen in dritter Generation geführt. Das Unternehmen wurde 1946 von meinem Großvater aus der Taufe gehoben und wir waren immer zu Hause im Bereich der Drehmaschinen. In den letzten 30 Jahren waren wir immer unterwegs mit Werkzeugträgersystemen, sogenannten Revolvern. Und hier sind wir Technologieführer auf dem Markt. Was produzieren Sie genau? Wir produzieren Werkzeugrevolver für Drehmaschinen und diese Revolver sind ausgestattet mit Zusatzfunktionen wie Werkzeugantrieb. Und für diese Werkzeugantriebsfunktion stellen wir auch das gesamte Tooling her. Wir stehen jetzt hier vor dem Direct Drive Revolver. Was ist das Besondere an diesem Werkzeugteil? Dieser Revolver ist unser neuestes Baby und er integriert den Antriebsmotor für die Werkzeuge in der Scheibe. Und dadurch erreichen wir verschiedene Vorteile. Insbesondere eine extrem hohe Laufruhe. Wir erreichen eine deutlich gesteigerte Drehzahl, maximale Drehzahl, die doppelt so groß ist wie bei konventionellen Revolvern. Und eine Fräsleistung, die bis zu dem dreifachen Wert erreicht von bisherigen Systemen. Welche Vorteile haben denn Ihre Kunden bei dem Einsatz des Direct Drive Revolvers? Der Revolver ist zunächst aufgebaut in einer äußerst kompakten Bauform und dadurch lässt er sich sehr leicht in die Maschinen integrieren. Der Antriebsmotor für die Werkzeuge ist gekühlt durch eine Wasserkühlung und dadurch thermostabil. Und mit dieser beschriebenen Fräsleistung können unsere Kunden Zerspannvolumina von bis zu 250 Kubikzentimeter pro Minute erreichen. Hier erhalten Sie geniale Innovationen und hervorragende Technologien. Nachrichten und hervorragende Technologien. Nachrichten und hervorragende Technologien. Wie geht es Ihnen? In den letzten Jahren hier ist es ein sehr sehr sehr, sehr guter Technologien.